Hallo Konrad, ich habe hier meine Aufgabe für dich als Nummer 1 der Tennisherren vom RHTC. Ich habe hier 8 Dosen aufgebaut auf dem Tennisplatz und ich würde gerne wissen, mit wie vielen Aufschlägen kannst du solche Dosen umschließen? Moin, ich nehme die Herausforderung natürlich an. Wir werden sehen, ich denke das ist gar nicht so leicht, aber mein Ziel wird es auf jeden Fall sein, 2 Dosen in Folge zu treffen. Wir werden sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen. Wir sehen, wir sehen, wir sehen.